Okay. Hup, jetzt macht er schon richtig, so. Hm. Wir bauen da echt jede Menge von. Soll ich die erste Reihe erstmal für die Redstone-Produktion irgendwie hinkriegen? So, irgendwie. So, um das zu machen, brauche ich erstmal eine Segment, um Kies zu machen. Eine weitere Segment, um aus dem Kies Sand zu machen. Und dann weiß ich nicht, ob ich da noch eine Segment brauche, um das zu machen. Dann muss man auf das Rezept gucken. Aber ich glaube, ich brauche dann einen Hämmerer oder so was, einen Outdoor-Hämmerer. Um das zu kriegen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, dieser Hämmer wird für den nächsten Stack nicht reichen. Dann muss man einen neuen Hämmer machen. Schauen wir wieder. Na gut. Soll recht sein. Soll ich mal überlegen, wie ich denn hier meine Basis gestalten soll. Gut, wir sind hier bei Sky Factory. Vielleicht mache ich da mal ein Fabrikgelind oder sowas. Da muss ich hier ein Lagerhaus machen, eine Fabrikhalle, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Ich brauche zwei davon und zwei davon. Die Sticks und die Sticks. Das sind neun. Ich habe nicht genug. So. Und dann Rezept. Das. Und Dings. Achso. Und Sand. Rezept. Und einschiften. Perfekt. So. Ähm. Ja. Okay. Das. Ähm. Ja. Ja. Lava haut nicht so ganz hin. Das muss ich automatisieren. Das. Das kann so nicht weitergehen. So. Ich würde eigentlich den mal unten lassen können. So. Mal gucken. Kann ich denn, kann ich denn irgendwie einen Tank machen? Fluid Tank von Ender Eye. Oh, da braucht wieder viel Eisen. Aber der wird so wahrscheinlich. Invisible Block. Okay. Ähm. 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 Oder wird's dann wahrscheinlich sein. Ähm. Viel Eisen. Fluid Tank. Ähm. Wenn ich da vielleicht. Ist mal ein Dust. Weil dann kann ich vielleicht mal ein Leben machen. Kümmern sich erst mal um die Lava glaube ich. Bevor ich hier. Na gut. Ich hab's gemacht. Ich dachte ich den Namen vergessen jetzt. Kümmern sich doch mal erstmal um die Lava. So. Zack. So. Na komm schon. Okay. Das ist eigentlich eine schöne Aussicht hier. Ein paar Planeten. Regenbogen. Eigentlich ganz schick. Ja. Ach ja. Ach ja. Wie ging's zu erzählen. So. 5, 4, 3, 2, 1. Der letzte Schlag. Der letzte Schlag ist. Der taugt es eigentlich nicht. Kann ich das nicht mal wegschmeißen. So. Gut. 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 Und unten. Perfekt. So. Mh. Äh. Die kann ich auch benutzen glaube ich. Mal warte ich. So. Wie viel brauchen wir denn? Ähm. Ähm. Ich hab grad keine Ahnung. Wie viel könnten wir gebrauchen? Ich mach mal einfach gerade. 10 Stück. So. So. 10 Stück machen wir mal. Und dann. Ich sollte vielleicht mal vorsichtshalber. noch Fackelhäne hängen. Gut. Mh. So. Ich brauch für einen Pot Dingens. Umens. Brauch ich. Brauch ich. Ah. Sieben Stück. Sieben Stück. Sieben Stück. Das sind bei 40. Gut. Ich hab nicht genug Bohnenmüll eigentlich. Ähm. Hier. Äh. Äh. Sieben. Vierzehn. Und einundzwanzig. Dann hab ich kein Bohnenmüll mehr. So. Das sind noch drei Stück. Okay. Na gut. Dann muss ich auch mal wieder mit Dings sieben. Aber dann krieg ich kein Redstone. Äh. Kein Redstone. Ah gut. Mobfalle. Mobfalle wäre eigentlich auch so eine Option. Ich brauch noch was zu essen. Ich brauch noch was zu essen. Steine vielleicht. So. Und ich brauch mehr Lava. Ah. Ja. Ja. Okay. Ich glaube. Ja. Ja. Okay. Ich glaube. Ja. Okay. Ich glaube leider muss ich dich nochmal aufstellen. Müssen wir leider durch. Ich mach grad die beste Energie. Bis ich das da automatisiert habe hier. So. So. Mh. Große Bell. Haben wir fertig. Haben wir fertig. Oh. Rezept. Oh. Kann man nichts machen. Äh. Lava. Können wir das auch angezeigt. Äh. Ne. Leider. Haben wir keine Lava Rezepte. So. Vielleicht mal gucken können. Was mal alles unten drunter packen kann. Ich. Ich will mal ein. Ähm. Ich will mal ein Messer weg machen. So. So. Zwei weg. Äh. Müssen wir erst durch. So. Zwei. 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 Also ich könnte es wieder überspringen, wenn ihr es nicht sehen wollt, ich will jetzt diesen Stack dann durchziehen. Ich könnte mal gucken, was so ein Sound Muffler ... Muffler gibt es nicht. Ender Dragon Death Muffler ... Sound Muffler ... Wolle und Not ... Warum rätst du ... Bist du gerade ... Ah komm, pack sie rein, ist egal, wir müssen nur in Explosionen ein bisschen leben. Außer ich kann sie vielleicht ... Ist das das da? Nö, ist es nicht ... Ähm ... Scheint auch nicht so, aber egal. Ähm ... Naja ... Vielleicht Opfer doch mal einen Rest drunken machen. Und dann haben wir ein Fliegen. So, da oben drauf stellen oder was? Lalalalalala ... Jut. Ich weiß nicht, ob ich das schon zählen soll. Das ist halt doof. Man muss halt 7, 7, 7, 7 und noch mal 7. Und dabei die Explosionen über sich ergehen lassen. Naja ... Immerhin wir kriegen ordentlich Ressourcen. Also Eisen hauptsächlich. Jetzt ist das so verdammt selten. Naja ... Naja ... Bumm ... Ich hab' mal mehr Energie, als wir brauchen. Aber ist egal. Ist schon gut so. So ... Ah, wir haben ja noch jede Menge zu 7. Mh ... Mh ... Mh ... Mh ... Mh ... Mh ... Es sind ja nur noch 18 Stück. W graduates. Jaja, was erzähl ich euch an sp explaining ? Also ich hab nämlich keine Ahnung. Oh ... Naja ... Natürlich eine Option ist, dass ich alles varper yesterday. Aber ich will's ja eigentlich nicht machen. Dabei bin ich nicht dagegen. Uff ... Eigentlich sind die Frage, ob die DVD immer perfectly zu schliefen. Haben wir halt alles in Zukunft funktionieren ? schon vor auf Kamera arbeiten tue. Ich weiß, es ist schwierig, es ist immer schwierig. Eigentlich, manche Leute wollen alles sehen, so einer wie ich. Ich will eigentlich alles sehen, damit man nicht rumcheaten kann oder was weiß ich. Damit die Leute sehen, was da für Arbeit dahinter steckt und und und, was man alles wissen muss und so weiter und so fort. Ich kann auch wegpacken. Ich brauche da mal wirklich jede Menge. 50 bis dabei herauskommen, wenn alles gut läuft. Noch genug. Guck mal wieder 4 Diamanten. Schön. So. Ähm. 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 Ja. Da rein. Und der kommt erstmal so weg. So. Okay. Achja. Ich wollte Dings machen. Okay. Machen wir gleich. Machen wir gleich. Äh. Und es gibt auch hier. Tschüssel. 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 Ähm. Ein Eisendast. Das machen wir. Das machen wir. Das machen wir.